Es ist eine Katastrophe. Der Öltanker New Diamond ist vor der Ostküste Sri Lankas in Brand geraten. Der Tanker ist voll beladen und soll in etwa 318 Millionen Liter Öl transportieren. Demnach habe die Marine Sri Lankas mehrere Schiffe geschickt, um ein Auslaufen des Öls zu verhindern und den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Das Feuer sei um 7.45 Uhr lokaler Zeit ausgebrochen. Der Tanker war demnach auf dem Weg von Kuwait nach Indien. Das Portal Tankertrackers berichtet, das Feuer sei im Maschinenraum ausgebrochen. Die New Diamond war auf dem Weg in den Hafen von Paradib in Indien, wo das staatliche Unternehmen Indian Oil Corporation eine Raffinerie betreibt.